Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Butterblümchen. Ein bisschen spät bin ich heute dran, ich weiß, aber dennoch will ich euch heute ein Video machen. Wir machen heute zwei kurze und knackige Botschaften. Einmal was Liebe, Liebesthema, und dann kriegt ihr ja gleich noch die kleine Abendbotschaft. Aber, ach ne, die nehme ich nicht. Ich nehme mal jetzt diese hier. Wir legen jetzt, wir machen aber jetzt das Liebesorakel. Und gleich, in dem Video, was ich gleich noch hochlade, könnt ihr euch dann die kleine Abendbotschaft für heute anschauen. Wäre total lieb, wenn er euch das mal anschaut. So, wir machen allgemeines Reading. Ihr wisst das, wenn du eine persönliche Legung möchtest, kannst du mich auch gerne über meine Homepage oder WhatsApp anschreiben. Auf meiner Homepage findest du auch Preise, alles was du brauchst. Karten legen Mareike oder schau hier unten in der Videobeschreibung, da findest du auch alles. Und jetzt geht's los. Weil wir wollen heute, ups, kurz und knackig schauen. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Was ich liebe, im Moment bei euch beiden, so breit hält, ne. Was wir heute für eine Geschichte haben. Vielleicht bist du ja heute dabei. Ich wünsche es dir, dass es hier um deinen Herzensmann, Wunschpartner, was auch immer. Ne, dein Herz allerliebsten. So, dann guck mal, ob du dich hier so ein bisschen wieder findest. Und das machen wir jetzt. So, zack, die Bohne. Ja, leider habe ich heute nicht so viel Zeit, aber dennoch will ich euch heute nicht ohne, nicht ohne Orakel von mir lassen. Das ist doch nett von mir, oder? So, dann gucken wir mal hier noch ein bisschen auf die weitere Zukunft. So, und jetzt, ach, guck mal, knallbumm. Hier geht's gleich los mit der Liebe, mit dem Herz. Also, ach, du hast eine, ihr macht hier gerade eine Entwicklung durch in der Liebe, ne. Der sagt zeigt mir immer dann so, da verändert sich was. Im, eigentlich aber im positiven Sinne, weil da auch immer, man geht gestärkt. Also, man profitiert in gewisser Weise von, weil man auch selber wächst, ne. Also, da seid ihr gerade in so einer Phase drin, wo ihr so auch aneinander oder jeder für sich wachsen kann, ne. Es könnte sein, dass bei euch manchmal Kommunikation nicht richtig klar, dass ihr euch in Gesprächen manchmal nicht so versteht oder missversteht. Ähm, aneinander vorbeiredet oder, weil wir haben hier, es geht um diese verstrickte, verzwickte Kommunikation. Ähm, also es kann sein, dass, pass mal auf, du willst ihm irgendwas mitteilen, was dir wichtig ist, was dir auf dem Herzen liegt oder wie auch immer. Und bei ihm kommt das, ähm, ganz, äh, falsch an. Oder kommt, ähm, er hat eine ganz andere Wahrnehmung als das, was du eigentlich ihm da mitteilen willst, ne. Ähm, also, und da geht es um Kommunikation, die sozusagen etwas verstrickt sind hier. Wir haben die, es geht hier nicht um eine Rivalin jetzt hier in dem Fall, sondern um eure Kommunikation, die auf irgendeine Weise, ähm, ja, ähm, häufig dann auf, ähm, ähm, Stopp, nochmal. Wie formuliere ich das jetzt? Ähm, ja, Gespräche, die mal ganz schnell dann in eine Unerhängigkeit führen. So, um das mal ein bisschen abzuschwächen, weil, ja, hier sieht das erstmal aus, die Ruten, die Fetzen fliegen, ne. Hier tobt der Papst im Kettenhemd, hier tobt der Mob sozusagen. Aber es bedeutet einfach nur, an einem Punkt seid ihr euch da nicht einig. Natürlich kann das auch mal, ähm, ein bisschen gravierendere Konflikte sein. Aber meist liegt es dann so in dieser Kombination, ne, bei mir. Also mit der Sense dann so, ähm, dann ist das schon dann sehr, ähm, der ist schon sehr geladen dann. Hier sind es eher so, so auch Missverständnisse, die ich hier sehe, weil ihr gerade auch in einer persönlichen Entwicklung jeder seid, jeder an einem verschiedenen Punkt steht, ne. Aber nichtsdestotrotz habt ihr hier gerade in irgendeiner Weise Stillstand, ne. Guck mal, hier, aktuell liegt der Berg da. Ihr seid ja auch noch auf dem Weg, ja. Das Ganze muss sich ja auch noch entwickeln und frei entfalten, ja. Oder? Sag mal ehrlich. Naja, guck mal, in Zukunft haben wir jetzt hier, ach, guck mal, da haben wir mit Sicherheit eine positive Veränderung. Die haben wir in Zukunft liegen. Ganz die Klarheit, die du dir wünschst, die ist auch hier nicht da. Also in vielen Sachen ist er wahrscheinlich noch ein Buch mit sieben Siegeln für dich. Also da ist er ein großes Fragezeichen, ne. Also ganz die Klarheit kriegst du dann nicht. Aber eben mit Sicherheit eine positive Veränderung. Also es geht voran. Du wirst erkennen, ey, wenn ich zurückschaue, wo wir da noch am Anfang standen, da sind wir doch jetzt schon echt um einiges weitergekommen. Das wird schon stattfinden. Obwohl aus der Momentperspektive heraus das Ganze blockiert ist hier, ne. Die Sense, die kommt aber ganz schnell und ändert eine Situation. Das heißt aus diesem Blockierten, weil wir haben natürlich hier wieder so einen ganz tollen Entscheidungsfreudigen, der sich hier mal wieder nicht entscheiden kann mit den Wegen, ne. Also es sind viele Wege führen nach oben, sag ich immer. Und deshalb, ja, weil wenn man sich nicht entscheiden kann, in welche Richtung man weitergeht, ja, da geht man ja gar nicht weiter, ne. Ist ja klar. Also, das ist ja logisch. Also steht's dann auch. Aber, ich sag ja, keine Panik auf der Titanic. Die Sense, die kann alles mal ganz schnell wieder umreißen. Und dann liegt ja auch die Kommunikation schon wieder da, ne. So aus diesem Blockierten heraus. Ja, ich hab ja gesagt, so, hier wollen wir nochmal auf die, auf das kommende, auf die kommende Zukunft so für euch schauen. Was wir noch liegen haben. Wir haben hier in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch eine positive, mit Sicherheit, ne. Das ist mit Sicherheit eine positive Veränderung. Dennoch bleibt was unklar. Wir haben aber schon die Sterne da direkt liegen. Also heißt das auch da, das wird für dich noch klar werden. Ne. Nicht ungeduldig sein. Schritt für Schritt geht das. Ganz klar, die Gefühle werden im Vordergrund stehen jetzt in Zukunft, ne. Wo jetzt hier noch, sag ich mal, so ein bisschen geladene Stimmung hier ist, ne. Da geht es hier schon viel gefühlvoller zu. Also wir haben aus der ist jetzt so, ist jetzt so Situation, haben wir hier die, wo es hingeht. Schnubbelhase, das sieht gar nicht schlecht aus. Ne, ohne Witz jetzt. Denn, guck mal, hier liegt also nicht nur die Klarheit, die da ja auch schon liegt. Sondern wir haben ja auch noch das Haus, wo diese sichere, positive Veränderung einfach dahin geht, dass du ein stabileres Gefühl hast in dir. Ne, was da eure ganze Situation angeht. Ja, das haben wir es, ne. Obwohl das ja auch mega anstrengend ist, wenn einer dann da mal zwischendurch immer abblockt oder wirklich was nicht vernünftig austragen kann oder sich Dinge nicht stellt, ist natürlich sehr anstrengend. Ja, aber man kann von anderen, es ist so, das ist eine Tatsache, man kann nichts von anderen erwarten im Grunde genommen. Wie auch, ne, man kann nur selber seine Einstellung dazu oder bei sich oder sein eigenes Handeln verändern. Bei dem Gegenüber wirst du nicht viel erreichen, weil der hat einfach seinen ganz eigenen Weg. Ne, da kann man gar nicht zwischenfuchteln. Und wenn du mal mit einer Situation total überfordert bist und sagst, boah, weißt du was? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß nicht mehr ein und aus. Hab ich ja auch sehr häufig. Nur bei anderen Themen dann halt. Und ich mach das dann immer so. Ich geb das ab nach oben. Ne, wirklich jetzt. Ich geb das ab ans Universum. Ich schick das nach oben und sag, ähm, okay, möge es so kommen, wie es denn, ähm, wie es sein soll. Ich geb das ganz im Vertrauen nach oben ab, dass alles gut wird. Und, ja, bin ich bis jetzt immer gut mit gefahren, Leute. Ne? Ähm, ja, was gibt es noch? Den inneren Buddha gibt es noch. Den ziehen wir nämlich jetzt. Ach, was ich noch vergessen hab. Für so ein Däumchen nach oben würde ich mich sehr freuen, ne? Immer wieder aufs Neue. Meine lieben, treuen Seelchen. Ne? Ach, was ist das schön, dass ihr da seid. So. Jeder kann nur sein... Ach, hab ich es nicht gerade? Jetzt kommt's. Passt auf. Ich hab's gerade gesagt. Jeder kann nur sein Leben leben. Denke, fühle und handle nicht für andere, sondern lasse sie für sich selbst entscheiden. Hab ich es gerade gesagt? Hab ich's? Siehste? Ähm, guck. Also man fühlt einfach doch... Worum es geht. Das ist so. Und ich freu mich immer so, wenn so eine Bestätigung kommt. Und das ist einfach immer ein schönes Gefühl. Ja, also. Ähm, gerne diesen Kanal abonnieren, wenn du Interesse hast, nochmal ausführlichere Legungen vielleicht auch mit mir, bei mir zu schauen. Mit mir, bei mir. Auf dem Kanal. Auf dem Kanal. Bei meinem Kanal. Ja, wenn du da Lust zu hast, ähm, dann abonniere doch das, die ganze Sache hier. Und, ja, dann wirst du in Zukunft auch weitere Videos von mir schauen. Das wäre doch eine tolle Sache. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ansonsten sehen wir uns gleich bei der kleinen Abendbotschaft. Tschüss. 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 Tschüss.